Herzlich Willkommen bei Andreas Trienbacher, Ihren professionellen Berater zum Thema Personal Training, Ernährungsberatung und den besten Fitnessgeräten für den Zuhause Trainingsbedarf. Ich war auf der ISPO ganz frisch zurück, habe mir ein paar Zeit genommen, um mich ein bisschen zu informieren, habe Kontakte gehabt bzw. Termine gehabt mit den Firmen, die ich seit Jahren vertrete, habe natürlich auch ein bisschen bei der Konkurrenz geschnüffelt und muss sagen, im Bereich Krafttraining ist mir eine Firma ins Auge gestoppt, die hier und zwar Finlow Maximumgeräte, Hämmergeräte, nicht ganz so interessant für mich die Hämmergeräte, für mich sind ganz klar interessant diese Finlow Maximumgeräte. Ich habe natürlich das Ganze getestet und habe festgestellt, dass es hier natürlich so drei, vier Krafttrainingstationen gibt, die für mich äußerst interessant sind. Ich komme aus dem Bereich des Fitnessstudios, trainiere natürlich bedingt durch mein Personal Training, bedingt durch eigenes Training, durch Wettkampfvorbereitung in Fitnessstudios, betreibe auch einen eigenen Personal Trainingsbereich, einen eigenen 1 zu 1 Trainingsbereich, wo ich mit meinen Kunden persönlich trainiere und da suche ich natürlich auch immer. Für eine relativ kleine Aufstellfläche, ein sehr hochwertiges Trainingsgerät zum Thema funktionales Krafttraining. Und zum Thema funktionales Krafttraining ist mir von der Firma Finlow Maximum die Multijim M4 und die Multijim M5 ins Auge gestoppt. Das ist das schöne Teil. Also wirklich, man kann an diesem Gerät zig verschiedene Krafttrainingsübungen ausführen. Das Ganze bilateral, das heißt jede Seite für sich gesteuert. Das ist super hochwertig, weil für mich ist natürlich immer wichtig, dass ich so ein Teil in die Hand nehme, es bewege und anhand vom Gefühl. Wie bewegt sich sowas? Stimmt der Bewegungsablauf? Ist der Bewegungsablauf passend für den Menschen? Wie ist das Muskelgefühl? Wie ist das Spannungsgefühl? Wie überträgt sich die Last auf meinen Muskel? Also, tipptopp, Multijim M4, M5, selbst die M3. Perfekt. Also ich habe wirklich an dem Gerät 10 Minuten trainiert und habe mich entschlossen, dass ich genau diese Geräteserie, die werde ich in Zukunft mit in mein Programm aufnehmen. Das erste, was kommt, wird die Multijim M4 sein. Die Multijim M4, das ist die hier, Multijim M4. Finlo Herma Strange, Finlo Maximum, Entschuldigung. Die kommt in meinen Personal Trainingsbereich, 1 zu 1 Trainingsbereich. Meine Kunden kommen in Genuss, dass sie demnächst auf dieser Trainingsmaschine ihre Personal Trainingseinheiten absolvieren. Und somit habe ich natürlich auch in meiner Aufstellungsfläche, in meiner Ausstellungsfläche im Trainingsbereich, auch die Möglichkeit, dieses Gerät zu präsentieren. Vorerst wird es die Multijim M4 bleiben. Eventuell wird dann noch im Laufe der Zeit entweder der Freetrainer noch dazukommen als zweite Option. Oder, da haben wir noch was, da haben wir auch einen Multijim Freetrainer, die Doppelstation. Oder natürlich auch das hier. Auf jeden Fall, wieder eine Neuigkeit. Wieder was, wo ich mein Angebot perfekt ergänzen kann. Ich freue mich auf das Gerät. Ich werde natürlich auch, sobald ich es hier habe und benutze, werde ich natürlich auch entsprechende Video Clips darüber drehen, wie ich mit dem Gerät umgehe und vor allem, welche Möglichkeiten man hat, im Bereich funktionalem Krafttraining mit diesem Gerät zu arbeiten. Soweit freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten. Andreas Thienbacher, Haus & Fitness Store. Ihr professioneller Berater zum Thema Personal Training, Ernährungsberater und die besten Trainingsgeräte für den Zuhausebedarf. Ihre Fitness, meine Aufgabe.